Was machen wir heute, Rico? Wir essen. Wir essen. Was scharfet. Endlich essen wir mal was. Dann gibt es mal was zu essen. Ein Mais Tortilla Chip mit einem hohen Anteil von Carolina Reaper Carolina Reaper und Trinidad Moruga Scorpion Chili. Die schärfsten Chilis auf der Welt. Auf jeden Fall ist er glutenfrei und vegan hergestellt in der EU. Was haben wir denn hier? Zusammensetzung. Maismehl, Sonnenblumenöl, Carolina Reaper und Trinidad Scorpion Gewürze, Aktivkohle und Salz. Man kann es bestellen bei Amazon oder bei hotship.eu. Link ist hier unter dem Video in der Beschreibung natürlich. Warnung, vermeiden Sie den Verzehr, falls Sie allergisch auf scharfe Schilis oder Capsaicin sind. Für schwangere Frauen, Personen mit gesundheitlichen Problemen. Ist die Einnahme dieses Produktes nicht geeignet? Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei der Handhabung mit dem Chip sollten Sie Schutzhandschuhe verwenden. Falls Sie nach dem, ja, Verzehrschwere, lange anhaltende Atembeschwerden haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Alter, was ist denn das für ein Zeug? Ach, ich würde mal sagen, das ist jetzt hier Marketing. Ich glaube, so schlimm ist das ja auch nicht. Ach, hier sind da Handschuhe bei. Einer. Wie Ihnen, Einer oder? Einer. Suche nur Einen Schipfer. Rest in Peace, na toll. Das war eine Kamera halten, Mann. Hier ist der Handschuh. Einer. Rest in Peace. Hast du noch einen Gummihandschuh? Ich werde das mit der Zange nehmen. Aber da muss ich wahrscheinlich die Zange wegschmeißen. Genau, ich schmeiß die Zange weg. Was steht denn da? Glaubst du, dass du es drauf hast? Der Hotchip wird aus der offiziellen schärfsten Chiliblabla. Soll ich doch lieber die Milch holen? Nein, Mann. Denk dem Bier zum Löschen. Ja. Guck mal. Warum liegen denn hier Bierdeckel rum? Das ist ja komisch. Ganz vorsichtig. Stücke Kohle. Soll ich den Feuerlöscher holen? Oder was? Du kannst das ja auch gerne auslecken hier. Sicher nicht. So. Lecker bin ich jetzt schon mal nicht. Augensucht oder Augenflucht? Auspacken oder wegpacken? Nein, wir machen hier ohne Tanne-Protokoll. So, okay. Ich esse jetzt weh hier. Und ich esse die anderen zu weh. Jetzt können wir das ja wegschmeißen. Ja. Das ist ja jetzt hier. Ja. Jetzt ist es konterminiert. Guten Appetit. Du musst gleich wieder essen. Also analog würdest du ja eigentlich den Chip komplett in den Mund nehmen und dann essen. So nehmen wir halt nur die Hälfte im Mund und essen das. Weil wir so eine Luschen sind. Eigentlich müssen wir das nochmal wiederholen mit dem ganzen Chip jeder. So. Wohlbekannt. Wenn wir da noch leben. Zum Wohl. Das ist jetzt schon schlecht. Na dann. Staub trocken. Schmeckt wie... Also gut schmeckt das nicht. Das ist ja nicht so los. Ja. Hey, der Witzker. Das ist mal eine andere Schärfe. Mir brennt die Zunge vorne. Das war ein Fehler. Das brennt ja alles weg, Alter. Wie lange wird das noch? Das ist heftig. Alter. Weißt du, die Flüge musst du gerade machen, aber... Das bringt ja nichts. Boah. Ich warte... Ich warte nur noch darauf, dass es durchfährt. Ja. Alter. Das ist brutal. Da hinten war halt schiebigen Scheiß. Ja. Oh ne. Das brennt wie Feuer. Die Nese läuft. Wie eine Million. Na, ist dich ja. Wo ist denn die Rolle? Keine Ahnung. Oh, ist brutal. Puh. Alter, ist das brutal. Das macht es doch nur schlimmer, oder? Keine Ahnung, ich muss es so weit machen, damit es weg geht, aber... Alter, brennt das. Alter, man hört das auf. Alter, ist das heftig. Ich glaube, schlimmer wird es jetzt nicht mehr. Nee, aber es nervt trotzdem. Oh ja. So, kannst du weiterempfehlen, oder was? Alter. Ich bin für die Ecke. Total lecker. Ich weiß nicht, was die Scheiße soll. Das ist heftig. Aber ich bin auf jeden Fall über dem Berg. Es brennt nur noch. Aber was hast du denn vorher gemacht? Der Zorn ist auch ein bisschen taub, glaube ich. Ich kann nicht richtig reden. Alter. Alter. Also das war das schärfste, bis jetzt was ich gegessen habe. Alter. Oh Gott, das will. Oh. 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 Was sagst du denn nun? War gut? Oh. Macht auf jeden Fall die Atemwege frei, Mann. Können wir mal machen, oder? Und schnuppen halt. Tötet alles ab. Alles. Oh. Also mir brennst du immer noch nach Fressen. Mir auch. In der Lippen, Zunge, außen vor allen Dingen. Mein ey. Ich hab Angst vor dem Schiss. Oh. Ich glaub, da brennt die Popertion mal. Alter. leck mich am arsch war schön das machen wir nächstes mal nächstes mal feiern wir Frauentag ich mach Urlaub das ist brutal also nächstes mal feiern wir Frauentag unbedingt wieder einschalten unbedingt abonnieren, teilen und seit nächstem Mal im Jahr dabei sind wir wieder Frauentag feiern bis zum nächsten Mal Vielen Dank.